Holgas! Ich hoffe es reicht, wenn 50% von dem Feld hier gepflügt sind. Meins wegen 80% Hauptsache ich muss das hier nicht ausputzen. So... So... Brum Brum Brum... Ah, komm wir sind noch ein paar helle Stellen. So... Brum 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 Oh... So... 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 Mal hinter uns schauen. Ey tipptopp! So... Du wirst hungrig! Scheiße! Was heißt ich jetzt hungrig? Wie sehr hungrig! So... Runter und vorwärts! Was ist denn das? Bumm, Bumm, Bumm... Bumm, Bumm! Die Klara hatte vor uns noch etwas von ihrem Bruder erzählt oder? Kann ich mit ihr meine Dynastie gründen? So, ist es da oben. Oh Gott, oh Gott, also runter. Die kennt sich vielleicht ein bisschen besser in der Landwirtschaft aus wie ich. Oh, nicht so weit weg. So, die Vorhofen werden immer enger. So, runter damit. So. Schönes Ding. Oh. So. Komm noch zweimal hin und her. Solltet reichen. So. Mein armer kleiner Traktor. Oh, zurück, zurück, zurück. Einlenken. Rückkehr zu Berg hoch. So, perfekt. Das sieht sowas von gut aus. Große Kurve. Oh, das müssen wir jetzt schaffen. Hopp. Und runter. Runter mit dir. Okay. 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 Das sind ja die Mega-Ackerforschen, die wir hier reingerupft haben in das arme Feld. Nein, kommt los, Rückwärtsgang. So. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Schaffen wir das mit einmal? Rum, 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 rum. Komm, einmal, einmal Korrektur fahren wir noch. So, net Vollgas. So. 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 Ich bin mir nicht sicher. Wow. Mission aktualisiert. Hole deinen eigenen Krupper, um das Feld zu kultivieren. Findest du an der Scheune. Ähm. Kann ich den Flug jetzt schon mitnehmen? Okay. Äh, Clara, ich stelle mal den Flug wieder hier vorne irgendwo hin. So. Ähm. Bip, bip, bip. Abkuppeln. So. Krupper holen. Schauen wir mal, ob wir den finden. Lalalalalala. Kann ich eigentlich... Nein, das wollte ich nicht. Fortsetzen. Aha. Hole deinen eigenen Krupper, um das Feld zu kultivieren. Du findest sie bei der Scheune. Ja. Krupper, 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 krupper. Oh, hier können wir auch. Gleiches Querfeld ein. So. Deckung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Ankoppeln. Geh zu Clara und kultiviere ihr Feld. Klana. KIPP. Jetzt machen wir alles glatt. Kini. So, wir fahren am besten gleich außen rum. Nein, ist da ein Fluss dazwischen? Okay, der scheint nicht so groß zu sein. Sehr gut. So, dann machen wir mal an. Zack. Kratze, 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 los. Na, komm weiter. Wobei hier könnte ich auch wieder, erst links und rechts, kann ich bequemer lenken. So. So, 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 so. Katze, katze, katze. So, drüben sitzt ne Katze. So. Ne, gut, ihr erkennt nur das Ohr, perfekt. Gut. Ah, gerade fahren, gerade fahren. Gibt's da eigentlich ne Höchstgeschwindigkeit? Oh, komm noch ein bisschen weiter rüber. So. Jawoll. So. Ach, Clara wird sich freuen. Und die gute Frauennachbarin. So. So. Oh, ja, es gibt Gas, es gibt Gas, es gibt Gas. Oh, das sieht schon besser aus. Oh, wenn ich vom Weg abkomme. Du bist sehr hungrig. Scheiße. Komm. Steig mal kurz aus. Dein Inventar, ein Ei. Ähm. Essen, ein Ei. Und noch ein Ei essen. Noch eins. Giff hier Eier gegessen. So. Lecker rohe Eier. Perfohan.